Die Firma Proof GmbH mit Matthias Betz hat hier eine Webseite gestaltet für alle Grafiker, die crossmedial unterwegs sein möchten und ihre Farben auch farbgetreu in all ihren Ausgaben wiedergeben wollen. Was hat es auf sich mit dieser Webseite? Ganz einfach, wenn ich ein Gestalter bin, dann muss ich heute für digitale Ausgaben, und da, sage ich mal, ist sRGB das Mass der Dinge ausgehen, und ich muss bei Druckstandards mindestens von einem gestrichenen Papier ausgehen. Wenn ich diese beiden anwähle und auf Show gehe, dann erscheint da oben nach einer Weile Selected, und Sie sehen sRGB und gestrichene Papiere. Neueste PSO-Norm ist jetzt ausgewählt, und aus sämtlichen LAB-Farbwerten wurde jetzt die Schnittmenge dieser beiden Ausgaben hier aufgezeigt. Geniale Sache, weil jetzt habe ich Gewähr, all diese Farben sind in beiden Ausgaben zu erreichen. Zudem kann ich einfach mit dem Cursor auf eine Farbe gehen, und ich habe sämtliche Werte für all meine Ausgaben und kann so ein crossmediales Farben-CD erstellen. Und ich bin ausgabe-neutral, und zudem haben wir rechts oben hier die Möglichkeit, in diesen 5-Grad-Abstufungen hier im Farbkreis herumzugehen. Ich wähle einfach einen Chart an. Für mich absolut ein Muss. Da ganz rechts unten kann ich wieder ganz nach oben gehen. Wenn ein Kunde darauf besteht, seine Farbe sowohl farbecht auf digitalen Ausgaben wie auch auf Druckausgaben zu sehen. So können Sie beruhigt schlafen als Grafiker, denn alle Farben, die in diesen beiden Ausgaben nicht erreichbar sind, sind gar nicht auswählbar. Das ist die Basis für ein crossmediales Farben-CD. Ich definiere diese in sRGB, und so habe ich nur ein Logo und wie in den Filmen von mir über crossmediale Datenausgabe und PDF-Umrechnung gezeigt, kann ich dann immer von der gleichen Quellfarbe ausgehen und diese in andere Zielfarben, Sonderfarben oder definierte CMYK umrechnen. Schauen Sie es sich an, es lohnt sich. Ich möchte Sie auffordern, freiefarbe.de zu besuchen. Werden Sie Mitglied, unterstützen Sie uns für die Schaffung von Hilfsmitteln zum Aufbau von crossmedialen Dokumenten. Schauen Sie sich da den HLC Farbatlas an. Es ist eine spannende Sache und wir wären froh, wenn Sie uns bei diesen Ideen unterstützen würden. und wir wären froh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.